Hallo liebe HappyFit Fans und alle die es noch werden wollen. Wir werden dieses Jahr 22 HappyFit Studios vollenden. Dazu fehlen noch vier. Hier stehen wir heute in Wien. Das wird der größte Club aller Zeiten mit 2600 Quadratmeter. Danach kommt Dillingen in Deutschland, gefolgt von Ebelsberg, also Linz Süd. Und am Ende des Jahres kommt Ried im Innenkreis, das ist nähe zu Passau, der vierte Club. Ich freue mich auf euer zahlreicher Scheine, dass wir gemeinsam wieder Muskeln schwitzen lassen. Bis dann. Ciao.